Kommen wir zu Kennzahlen im Online-Marketing. Es sind letztendlich immer wieder die ähnlichen und gleichen Kennzahlen, die du in nahezu jedem Werbekanal im Online-Marketing wiederfinden wirst. Das sind zum Beispiel Impressionen, Klicks und generell Aussagen darüber, wie groß ist die Reichweite deiner Werbekampagne gewesen und wie erfolgreich ist sie gewesen. Die Impression sagt letztendlich aus, wie viele Leute haben deine Anzeige sehen können, also wie oft wurde sie ausgeliefert. Im einfachsten Beispiel nehmen wir eine Google-Suche nach Autoreifen und wenn deine Anzeige dort ausgeliefert wird, dann hat der Nutzer dir eine Impression generiert. Einfach nur dadurch, dass deine Anzeige dort ausgeliefert wird. Im Falle von Displaywerbung, also zum Beispiel ein Werbebanner, kann eine Impression auch dann schon entstehen, wenn ein Nutzer eine Webseite aufruft und dein Banner irgendwo auf dieser Webseite geladen wird. Das muss nicht im sichtbaren Bereich sein, sondern das kann auch weiter unten sein, wo gescrollt werden muss. Auch dann ist eine Impression, also eine Auslieferung deiner Werbung schon gegeben. Google geht inzwischen immer mehr dazu über, auch sichtbare Impressionen auszuwerten. Also wo wirklich gesagt wird, du hast eine sichtbare Impression in dem Moment, wo ohne Scrollen auf dem Monitor dieses Nutzers deine Anzeige auch ausgeliefert wurde. Und hast dann sozusagen schon einfach die Erkenntnis, okay, er hat es sehen können, weil es war auf seinem sichtbaren Bereich schon zu sehen, unabhängig davon, ob er das mit seinen Augen jetzt auch bewusst wahrgenommen hat. Also Impressionen, Auslieferung der Werbung und Anzeige der Werbung. Der Klick ist dann die Aktion, also der Mauszeiger auf diese Anzeige und entsprechend das Ausführen, das Klicken und das Weiterleiten zu deiner dahinterliegenden Webseite. Das ist dann einfach die Anzahl der Klicks, also wie häufig wurde deine Anzeige aufgerufen. Dann entstehen in irgendeiner Form Kosten dafür. Das kann, wie im AdWords-Fall meistens der Fall ist, eine CPC-basierte Kostenstruktur sein. Also wirklich für jeden Klick, wo du sagst, du bietest einen Maximalpreis und dann durch das beschriebene Auktionsmodell durchgehend wird dann ermittelt, was ist der tatsächliche CPC, den du bezahlen musst. Und es fallen dann also Kosten an. Das kann auch ein Fixpreis sein, wenn du zum Beispiel sehr reichweitenstarke Kampagnen bei web.de oder spiegel.de schalten möchtest. Dann zahlst du einen Festpreis für einen gewissen Block an Impressionen. Dann hast du letztendlich natürlich aber auch Kosten, nur dass sie sich anders zusammensetzen und anders festgelegt werden. Einer der entscheidendsten Faktoren im Online-Marketing und das ist auch der große Vorteil im Online-Marketing, ist das Thema Conversion-Tracking. Conversion bedeutet eine Art der Umwandlung, also irgendeine Aktion, die deinen Besucher auf deiner Webseite ausführt, die für dich als Unternehmen bzw. als Coach oder ähnliches, du dir bietest irgendetwas online an, auch ein gewinnbringendes Ziel ist. Eine Conversion kann sein, dass ein Besucher deiner Webseite sich zum Newsletter anmeldet oder in deinem Online-Shop ein Produkt bestellt oder einen Videokurs kauft und daran teilnimmt oder an einem Gewinnspiel teilnimmt. Das können alles Conversions sein, die auf deiner Seite umgesetzt werden können. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Anruf-Conversions zu ermitteln. Also wenn du sagst, für dich ist besonders wichtig, dass Nutzer nicht auf deine Seite kommen und dann ein Kontaktformular ausfüllen oder sich irgendwo anmelden, sondern dass sie direkt zum Telefonhörer greifen und direkt bei dir anrufen. Auch das ist inzwischen technisch möglich, diese Anruf-Conversions zu erfassen. Da kommen wir auch dann später im Detail noch dazu. Dieses Conversion-Tracking ist technisch im Prinzip einmal notwendig, auch einzurichten. Also wo ich von Google entsprechende Schritte vornehmen muss und sagen muss, ich möchte jetzt diese Conversion einrichten. Auch das beschreibe ich detailliert in einem anderen Video, wie ihr das machen könnt. Letztendlich ist wichtig, Conversion ist eine Umwandlung, eine Aktion von einem Besucher in ein von dir definiertes Ziel und das können auch durchaus mehrere sein. Das muss jetzt nicht nur der Newsletter sein oder die Online-Shop-Bestellung, sondern es kann auch beides sein. Das können also wirklich mehrere sein. Und jetzt haben wir im Prinzip diese vier grundlegenden Informationen, die ich in fast jeder Werbekampagne sehen kann. Wie oft wurde meine Werbung angezeigt? Wie viele Leute haben darauf geklickt? Was habe ich dafür bezahlt? Und was haben die Leute, die darauf geklickt haben, dann letztendlich auch durchgeführt und haben sie meine Aktionsziele, die ich definiert habe, auch erreicht? Und auf Basis dieser Messgrößen kann ich verschiedene berechnende Metriken auswerten. Eine der wichtigsten ist die sogenannte Klickrate. Die Klickrate sagt aus, wie viele Leute, die deine Anzeige gesehen haben, haben letztendlich auch darauf geklickt. Also Klicks durch Impressionen und da es ein Prozentwert ist, natürlich mal 100. Also ein Klick auf 100 Impressionen ergibt ein Prozent. Zwei Klicks auf 100 Impressionen ergibt zwei Prozent und so weiter. Also das ist einfach die Formel, mit der man das ausrechnen kann. Keine Sorge, im AdWords-Konto ist das eine Spalte, die standardmäßig eingeblendet wird, wo du direkt auch die Klickrate siehst. Und was einer der Hauptfaktoren auch für diesen Qualitätsfaktor ist, wo also Google sagt, wenn im Vergleich zu den Wettbewerbsanzeigen bei deiner Anzeige diese Klickrate höher ist, also bei dir ist sie vielleicht bei fünf Prozent, bei den Wettbewerbern liegt sie im Durchschnitt bei ein bis drei Prozent, dann ist zumindest aus diesem Bereich deine Anzeige schon relevanter, weil sie eine höhere Klickrate hat und irgendwie ansprechender ist für die Zielgruppe. Der Cost per Action, das ist dann das Verhältnis von den angefallenen Kosten zu den Conversions bzw. Actions. Und hier kurz ein Einwurf. Es gibt leider im Online-Marketing häufig für die gleichen Kennzahlen oder für die gleichen Aussagen verschiedenste Begriffe. Also gerade das Thema Conversions ist prädestiniert dafür, dass Action dazu gesagt wird, ein Sale, ein Lead, ein Order. Das sind alles letztendlich Begriffe, die genau das gleiche bedeuten, die aber einfach mit verschiedenen Bezeichnungen auch genannt werden. Durchgesetzt hat sich inzwischen CPA, Cost per Action, für diesen berechnenden Wert und Conversions ganz allgemein für dieses Thema Umwandlung von einem Besucher in ein von dir definiertes Ziel. Genau, der Cost per Action sagt aus, zum Beispiel in Euro, wie viel hast du ausgegeben, um dann letztendlich Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Also 100 Euro ausgegeben, 20 Newsletter-Abonnenten geworben, hast du 5 Euro an CPA bekommen. Die Conversion Rate ist die Berechnung von Conversions zu Klicks und auch das wieder mal 100, weil es ein Prozentwert ist. Und das sagt aus, nach der Klickrate, wo also die Impressionen zu den Klicks gewertet werden, wie viel von denen, die geklickt haben, haben letztendlich dann auch eine Conversion abgeschlossen. Eine gängige Conversion Rate kann man so pauschal nicht sagen, aber so ein Prozent bis fünf Prozent ist eine häufige Größe. Das hängt immer davon ab, was für einen Typ an Conversions ihr letztendlich definiert. Also die Hürde, sich zu einem Newsletter anzumelden oder an einem Gewinnspiel teilzunehmen, ist natürlich sehr viel geringer, als einen Mobilfunkvertrag abzuschließen, der über 24 Monate läuft. Insofern kann man pauschal keine Aussage darüber treffen, wie gut sollte die Conversion Rate sein, sondern das ist ein Wert, den ihr dann für euer Konto letztendlich sehen könnt, berechnen könnt und immer weiter versuchen, das Ganze auch zu optimieren. Ergänzend noch zur Klickrate, auch da ist sehr häufig die Frage, was ist denn eine gute Klickrate? Auch das kann man pauschal nicht beantworten. In der Literatur wird oft gesagt, ein Prozent, alles darüber ist gut, aber ein Prozent bei einer Anzeige, die von der Telekom auf den Suchbegriff Telekom geschaltet wird, wäre eine Katastrophe. Da liegen Klickraten gerade bei diesen Markenthematiken zwischen 40 und 70 Prozent. Und bei sehr generischen Begriffen, wo also jemand nur nach einem Mobilfunkvertrag sucht, da ist ein Klickraten von einem Prozent manchmal schon gut. Gerade wenn sich dann vielleicht zehn Werbetreibende um diesen Interessenten dann letztendlich auch kümmern wollen und letztendlich auch den Klick erreichen wollen. Insofern, ganz grob gesagt, ab einem Prozent ist es gut im Suchnetzwerk, aber auch da gilt wieder die Aussage, geht von euren eigenen Zahlen aus und versucht die immer weiter zu optimieren. Und guckt euch auch dann später die Qualitätsfaktorbewertung an, ob also Google die Klickrate als gut einstuft oder eben nicht. Und dann habt ihr einen viel besseren Aussagewert und Aussagekraft dahinter. Genau, wir haben also die Klickrate, wir haben die Cost per Action, wir haben die Conversion Rate. Und was auch gerade für Online-Shops sehr wichtig ist, ist der Return on Invest. Das bedeutet, ich kann bei jeder Conversion einen Umsatzwert mitgeben. Also das ist jetzt nicht einfach nur jemand gewesen, der was bestellt hat online, sondern ich gebe einfach noch den Wert dieser Bestellung mit. Also wie groß war der Warenkorb? Hat der ein Buch bestellt für 10 Euro oder hat der ein Fernseher bestellt für 1500 Euro? Das kann einfach eine grundlegende, enorm wichtige Entscheidungsgrundlage dafür sein, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht. Nämlich wie hoch der Wert dahinter ist. Und insofern könnt ihr bei jedem Conversion Tracking einen Conversion Wert übergeben und habt dann sozusagen zu den Conversions noch diesen Umsatzwert. Und könnt daraus berechnen, wie viel Umsatz habe ich im Verhältnis zu den Kosten generiert. Also habe sozusagen den Umsatz im Verhältnis zu den Kosten und habe dann einen entsprechenden Wert. Wenn ich zum Beispiel 2000 Euro Umsatz generiere und habe dafür 1000 Euro ausgegeben, dann wäre das ein ROI von 2. Google spricht übrigens gerne vom ROAS. Das ist genau die gleiche Grundlage. Das bedeutet Return on Advertising Spend. Also was habe ich für die Werbung ausgegeben und wie viel habe ich dann letztendlich auch dafür eingenommen. Das sind die wichtigsten Kennzahlen, die wie gesagt vor allem bei Google AdWords relevant sind, aber die auch in fast allen anderen Online-Marketing-Kanälen wirklich von Bedeutung sind. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel weitere. Ich zeige euch noch einen anderen Flipchart, wo ich noch ein paar aufgeführt habe, wo wir auch zum Großteil später noch dazu kommen werden. Der eine Wert ist der sogenannte Impression Share. Das bedeutet, es ist eine Art Wettbewerbsmesswert in Google AdWords selbst, was kaum einen Standard-AdWords-Nutzer überhaupt kennt. Google gibt mir dort eine Aussagekraft darüber, wie viel an Prozent am Anteil habe ich mit meiner Anzeige erreicht vom gesamten Markt. Sprich, wir stellen uns vor, nach Autoreifen wird am Tag in Deutschland 100.000 Mal gesucht und deine Anzeige hat auf Deutschland targetiert 20.000 Impressionen generiert. Dann wurde der Google in der Spalte Impression Share einen Wert von ca. 20% anzeigen, weil 20.000 von dem, was deine Anzeige erreicht hat und 100.000, was in Deutschland insgesamt gesucht wurde im Markt, ergibt diese 20%. Der TKP, 1000er Kontaktpreis, das war das Beispiel, was ich eben sagte mit, wenn du sehr reichweitenstarke Kampagnen starten willst und laufen lassen willst, zum Beispiel auf spiegel.de oder fokus, da kommst du meistens nicht umhin, einen vorher definierten Wert pro 1000 Kontakten zu bezahlen. Also der TKP bedeutet Tausender Kontaktpreis. Das ist für AdWords nur bedingt relevant. Es gibt im Display-Netzwerk ungefähr ca. 5% aller Placements, die du nicht über eine reine CPC-basiertes Gebot erreichen kannst, sondern nur über ein TKP-Gebot. Das erreichen aber, ich sage mal, relativ wenige Werbetreibende. Da geht es wirklich um sehr, sehr große Budgets, wo ich dann auch überlegen kann, ob ich eine Kampagne auf diese Abrechnungsvariante umschalte, um einfach sehr reichweitenstarke Webseiten noch zu erreichen. Also da geht es wirklich um richtig große und richtig viel Traffic. Die View-Through-Conversions ist manchmal eine eingeblendete Spalte von Google, die eine Aussage darüber trifft, wie viele Leute haben bei dir eine Conversion abgeschlossen, obwohl sie vorher gar nicht auf eine Anzeige geklickt haben, sondern sie haben einfach nur die Impression, in dem Fall ist View sozusagen die Impression, gesehen. Das heißt, sie haben irgendwo einfach deine Anzeige gesehen und Google misst dann mit, aha, er hat die Anzeige gesehen, er kam später auf deine Webseite und hat eine Conversion durchgeführt. Dann hast du diesen Messwert in deinem Konto und kannst, musst aber nicht das so als Auswertung auch dazu nehmen und sagen, meine Display-Kampagne, die ich jetzt über eine Vielzahl an Webseiten geschaltet habe, hatte auch einen gewissen Erfolg, nämlich irgendwie auch eine Art Branding und dass ich den Leuten meine Werbebotschaft mitgegeben habe und die letztendlich auf meine Seite kamen und dann auch abgeschlossen haben. Kosten-Umsatz-Relation, auch das ist relativ ähnlich zu dem ROI, eine Aussagekraft, wie viel Kosten habe ich im Verhältnis zum Umsatz. Das ist manchmal auch dann nochmal separat betrachtet. Es gibt verschiedene Conversion-Typen, auch da kommen wir später zu. Das heißt, du musst ja nicht nur eine Conversion haben, du kannst auch mehrere haben und dann kannst du im AdWords-Konto sogenannte Segmente einblenden, kannst sagen Conversion-Typen und kannst für jede Kampagne oder für jedes Keyword dann nochmal sehen, wie viel von den Nutzern, die auf dieses Keyword geklickt haben, haben sich dann beim Newsletter angemeldet und wie viel haben dann auch schon etwas direkt gebucht oder gekauft. Und Labels sind eine sehr gute Hilfestellung im AdWords-Konto. Du kannst im Prinzip für jedes Element, egal ob es eine Kampagne, eine Anzeige, eine Anzeigengruppe, ein Keyword ist, kannst du eine Bezeichnung mitgeben. Ein sogenanntes Label. Also du kannst selbst definieren, welchem Text gibst du dieses Label und womit willst du später gewisse Elemente reidentifizieren. Also das kann sein, dass es sich auf eine bestimmte Aktion bezieht. Das können Texte sein, die jemand für dich noch sozusagen kreiert hat, die du speziell bezeichnen möchtest, weil du sie später nochmal auswerten möchtest. Und ja, auch da kommen wir dann später zu. So viel zu den Kennzahlen. Und ja, auch da kommen wir dann.